Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier sind es bereits im Titel eingeblendet. Heute machen wir wieder eine weitere Minecraft Challenge und zwar darf ich heute den Buchstaben U nicht verwenden. Und ja, es ist wahrscheinlich schwierig den Buchstaben U nicht zu verwenden, aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Challenge. Alles klar, die Challenge beginnt jetzt. Okay, wir... warte schnell, ich muss noch was sagen. Wenn ich den Buchstaben U einmal sage, wird das Video sofort, denn nur, dass ich Tschüss sage, sehe ich es in jedem Videos in den Kommentaren und einfach direkt beendet. Okay, alles klar. Wir sind in einem... Alles klar. Ja, ich... von diesen Bäumen runterkomme. Ähm... Ähm... Wie? Okay... Okay, wir sind unten. Jetzt holen wir uns Erde, um uns ein Haas zu... Und jetzt... Okay... Wir sind unten.